Heute möchte ich über das Thema »Ein gutes Arbeitgeber« sprechen. Ein gutes Arbeitsumfeld zeichnet sich für mich durch mehrere Schlüsselfaktoren aus, die sowohl die beruflichen als auch persönlichen Aspekte abdecken. Hier sind einige wichtige Aspekte. Jobsicherheit Eine stabile Arbeitsplatzsicherheit ist entscheidend für das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Ein Unternehmen, das auf langfristige Stabilität und Wachstum ausgerichtet ist, schafft Vertrauen und ermöglicht es den Mitarbeitern, sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren. Lohngehalt Eine angemessene Vergütung, die den Marktstandards entspricht und die individuelle Leistung und Erfahrung berücksichtigt, ist entscheidend. Es wäre toll, wenn das Gehalt meine Leistung und Erfahrung widerspiegeln würde. Es sollte transparent und fair sein. Karrierchancen Ein gutes Arbeitsumfeld bietet klare Perspektiven für berufliche Entwicklung und Aufstiegsmöglichkeiten. Dies könnte durch Schulungsprogramme, Weiterbildungen und klare Karrierepfade erfolgen. Das Unternehmen sollte die individuellen Stärken der Mitarbeiter erkennen und fördern. Kommunikation in der Firma Offene und transparente Kommunikation auf allen Ebenen schafft ein positives Arbeitsumfeld. Regelmäßige Teammeetings, klare Kommunikationskanäle und ein offenes Ohr für Anliegen tragen dazu bei, dass Mitarbeiter sich gehört und unterstützt fühlen. Teamarbeit und Zusammenarbeit Die Förderung einer kooperativen Arbeitskultur ist von entscheidender Bedeutung. Effektive Teamarbeit ermöglicht es den Mitarbeitern, voneinander zu lernen, Ideen auszutauschen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Ein unterstützendes Teamumfeld steigert die Motivation und Produktivität. Insgesamt ist ein gutes Arbeitsumfeld für mich eine Mischung aus Stabilität, Anerkennung, Entwicklungsmöglichkeiten und einer unterstützenden Gemeinschaft, die gemeinsam an den Unternehmenszielen arbeitet. Bezogen auf meine Berufserfahrung habe ich positive Erfahrungen in Unternehmen gemacht, die diese Prinzipien betonten. Bezogen auf meine Berufserfahrung